So, da sind wir wieder bei Let's Play MDK und es geht wohl bestimmt zum Endpost jetzt. Ich weiß es aber nicht. Wir werden 10. Ein Hähnchen. Und weil ich jetzt 100% hab, mach ich das. So, das ist gut. Das ist ein Hähnchen. 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 Ich binoundel ärgerääh Captivator. Das ist ein Hähnchen. Das ist ein Hähnchen. Der Kordeleysen ist ein Hähnchen. Oh Gott! Ich kann weiterrechnen. Äh... Na ja, alle dauernd. Ach, soo, was geht denn? Ja, alle dauernd. Ja, alle dauernd. Ja, alle dauernd. Bis zum nächsten Mal. Äh, weißt du... Oh, ne Attrappe. Äh, das wollte ich zwar nicht, aber... Okay. Der ist ja... 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 Auch zerfetzt. Und... Landung. Ähm... Landung. Also ich glaube, ich habe so ziemlich alles zerfetzt, was geht... Bist du dabei? Warum sind hier noch ein paar? Hier, Explosionen. Was ich ansammeln kann da? Noch mehr. Ah ne, T-Pay Sniper Granaten. Wow. That's nice. Was haben wir da noch? Noch mal. Oh, was haben wir da noch? Oh, was haben wir da noch? Oh. Oh, was haben wir da noch? 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 Was war das? Oh, was haben wir da noch? Oh, was ist das? Oh, was haben wir da noch? Oh, was ist das? Der Einschültige ist wohl. Wenn ich jetzt noch ein Knochen mache, dann fehlt das Ja, oder so Voriges Spiel, Landung 2 Nein Wirklich, ja Landung 2, ja Landung 2, ja Ich mache das jetzt einfach so Knochen 3 Und Knochen zu Knochen Knochen 3, ja 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 Knochen 4, ja